Frank Moscher bei uns in Regenstauf, das kann nur eins bedeuten, McDonalds kommt auch. Gott sei Dank, ich hab so lange gewartet, um endlich hier in Regenstauf zu sein. Über 20 Jahre Arbeit, aber wir sind bald da, am 30.09. Und Sandra, weißt du, was ich habe in der Tasche? Erzähl. 25.000 Eistüten. Wer soll die alle essen? Wie viel Regenstaufe gibt es denn? 15.000. Dann die ersten 15.000 kriegen eine Eistüte und die zweiten 10.000 kriegen auch eine Eistüte. Super, du feierst deinen Geburtstag, deinen wieviel denn? Meinen 65. Geburtstag. Wow, und den feierst du in Regenstauf, an dem Tag hast du Geburtstag, wo auch die Öffnung ist. Gibt es ein schöneres Geburtstagsgeschenk? Ha, weißt du was? Ich kaufe mir ein Geburtstagsgeschenk an dem Tag. Ich kaufe mir 20 Jahre Arbeit hier in Regenstauf. Ich habe gehört, du hast dich für die nächsten 20 Jahre verpflichtet, hier in Regenstauf zu bleiben. Das ist ganz super. Du schaffst damit auch ganz viele Arbeitsplätze. Ja, also wir werden etwa 50 Arbeitsplätze hier haben. Full-Site, Teil-Site, Geringverdiener, Hausfrauen, Studenten, Schüler, Schwerbehinderter. Jede, der kriechen kann, der kriegt bei mir eine Arbeit. Und du bildest auch aus. Jawohl. Und wir haben dann auch echt die Chance, bei dir aufzusteigen, deine Azubis. Ja, freilich. Azubi bei uns lernt das gesamte Geschäft genauso, wie ich das gemacht habe vor 39 Jahren. Und wenn die das gelernt haben, dann sind die in der Lage, ein McDonalds zu führen und können bei uns aussteigen. Ich bin sehr stolz, dass wir zwei Filialleiter schon haben, die bei uns die Ausbildung gemacht haben und jetzt ein McDonalds-Restaurant leiten. Das ist also wirklich eine Perspektive auch für die jungen Leute. Wer nicht bei dir arbeiten will, sondern wer hier essen will, was erwartet den alles? Der erwartet Hamburger, Cheeseburger, Big Macs, Wraps, Chicken McNuggets und mit Kaffee Kuchen und Kuchen und Kuchen und Kuchen. Also das volle Programm. Ich habe gesehen, es ist so ein bisschen schon eine Terrasse angelegt. Es wird sehr schön werden, das neue Restaurant. Sehr groß. Am 30.09. Alle Regenstaufen hierher. 25.000 Eistüten. Kein Freibier. Kommen Sie doch.